Wie euch aggressive Musik dabei helfen kann, effektiver zu trainieren, darum geht es in diesem Video. Denn hinter diesem Effekt von Musik steckt viel mehr als reine Motivation. Es gibt da einige überraschende biologische Mechanismen, die ihr gut für euch nutzen könnt, um mehr Leistung zu bringen und das meiste aus eurem Training rauszuholen. Eine aggressive Musik unterstützt euch aber nur dann, wenn ihr sie auch wirklich mögt. Für mich sind das Rock und Metal, für euch mag das eine andere Musik sein. Schauen wir jetzt mal genauer hin, wie Musik euren Körper leistungsfähiger machen kann. Warum ist Musik wie zum Beispiel Heavy Metal beim Training so effektiv? Eine der wichtigsten Reaktionen ist die Aktivierung der Stressachse, des sogenannten sympathischen Nervensystems. Das wiederum führt dann unter anderem zu einer Ausschüttung von Adrenalin und auch Noradrenalin. Diese akuten Stresshormone werden freigesetzt, wenn der Körper Leistung bringen muss. Und gerade intensiver, aggressiver Sound kann diesen Prozess unterstützen. In unserem Fall ist das eine Form von Stress, die wir uns beim Training wünschen. Denn Training ist kontrollierter, positiver Stress. Training ist eine kontrollierte Kampf- oder Fluchtreaktion. Ob Springen, Sprinten, Boxen oder Gewichte heben, dazu braucht es einen gezielten Einsatz von Stresshormonen. Und damit ist Training in unserem normalerweise hoffentlich friedlichen Alltag eine gute Möglichkeit, die eigene Stressachse endlich auszuleben und auch neu zu justieren. Aggressive Musik wie Metal, Rap oder Elektro kann euch helfen, diese Hormone im richtigen Moment abzurufen und deren Wirkung zu steigern. Aber was macht denn jetzt die Stressachse genau? Adrenalin erhöht die Herzfrequenz und sorgt dafür, dass mehr Blut in die Muskeln gepumpt wird. Es mobilisiert auch Energiereserven des Körpers, indem es die Umwandlung von Glykogen, dem Zuckerspeicher in der Muskulatur und auch in der Leber, in Glucose, also in frei verfügbaren Zucker, verbessert. Damit habt ihr mehr Energie, um euer Training aufrechtzuhalten und auch intensiver zu trainieren. Die aggressive Natur jetzt von zum Beispiel Metal kann diesen Prozess noch verstärken, weil sie euer sympathisches Nervensystem insgesamt stark aktiviert. Und dieses sympathische Nervensystem dient, wie erwähnt, der Kampf- oder Fluchtreaktion. Ihr bekommt weite Pupillen, der Fokus steht nah und ihr habt einen konzentrierten Tunnelblick. Der Muskel ist gespannt und gut durchblutet und es wird natürlich jetzt auch optimal alles mit Energie versorgt. Und dazu gehört dann auch, dass Adrenalin die Fettzellen dazu bringt, die Fettdepots aufzulösen und als freie Fettsäuren ins Blut abzugeben, als Brennstoff für die Muskeltätigkeit. Adrenalin hilft euch also beim Fettabbau. Ihr bekommt eine tiefe und effektive Atmung, einen schnellen Herzschlag und beginnt zu schwitzen. Die Stresshormone stellen maximale Energie bereit. Das sind beste Voraussetzungen für eine intensive Muskeltätigkeit und damit für ein richtig wirksames Training. Und die richtige Musik kann euch dabei helfen, schneller in diesen Zustand zu gelangen. Ein weiterer Grund, warum aggressive Musik so gut für euer Training sein kann, liegt in der Ausschüttung von Endorphinen, unseren körpereigenen Schmerzmitteln. Endorphine blockieren Schmerzsignale und geben uns ein Gefühl der Euphorie. Man gerät in einen Rauschzustand. Und das führt dann dazu, dass wir viel näher an unsere Belastungsgrenze herankommen. Da, wo die intensiven Trainingsreize stattfinden, die den Körper zwingen, sich später anzupassen, besser zu werden. Diesen Trainingseffekt nennt man Superkompensation. Und wo wir jetzt bei der Härte sind, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, ob ihr überhaupt sportfit seid, dann macht doch mal den Test. Hier und unten in der Videobeschreibung habe ich euch ein Tool von der Sporthochschule Köln verlinkt, mit dem ihr das mal checken könnt. Viele beschreiben das Gefühl der Endorphine beim Sport als zum Beispiel das Runner's High, wenn man beim Joggen, beim Laufen plötzlich das Gefühl hat, immer weiter und weiter und schneller laufen zu können, obwohl man eigentlich schon erschöpft ist. Oder wenn man beim Krafttraining plötzlich ganz viel Energie wieder hat und die Laune steigt, obwohl man vorher müde und abgeschlagen war. Musik kann diesen Effekt verstärken, weil uns harte und rhythmische Musik, wenn wir sie mögen, emotional anspricht. Heavy Metal zum Beispiel mit seinen intensiven und rohen Emotionen kann dazu führen, dass beim Sport noch mehr Endorphine ausgeschüttet werden. Ihr steigert euch in einen positiven Rausch hinein und das führt dazu, dass ihr euch besser fühlt, weniger Schmerz verspürt und viel länger trainieren könnt. Dieser Rausch jetzt aber ist auch der Grund, warum eine intensive Trainingsanhalt nach dem harten Arbeitsalltag häufig viel besser ist, als vor dem Fernseher zu sitzen und zu entspannen. Die meisten von uns sind am Abend psychisch völlig erschöpft und daher abgeschlagen. Der Körper steht aber noch unter Strom. Wenn ihr jetzt diese Energie, die Energie eures Sympathikus nutzt und auch noch die Endorphine sprudeln lasst, dann kommt ihr danach auch in eine wohlverdiente, körperliche, gute Entspannung. Und dann könnt ihr statt Metal oder Elektro auch wieder mal was Ruhiges hören. Und selbst dazu gibt es Studien, ruhige Musik nach der Anstrengung fördert den Parasympathikus, das regenerative System im Körper. Aber ich glaube, das ist ein Thema für ein eigenes Video. Wir bleiben jetzt erstmal bei den harten Klängen. Der vielleicht wichtigste Aspekt von harter Musik im Training ist die psychologische Stimulierung. Musik aktiviert im Gehirn das sogenannte mesolimbische System. Das ist unser Belohnungssystem und das kann uns in einen Zustand erhöhter Konzentration und Energie versetzen, was uns wiederum hilft, uns besser auf das Training zu fokussieren. Das mesolimbische System bringt uns in einen Flow-Zustand, einen Flusszustand, in dem man das Zeitgefühl verliert und mit sich und seinem Körper im Einklang ist. Und wenn ihr diesen Flow mal kennengelernt habt, wenn ihr da reinkommt, dann wollt ihr irgendwann immer mehr davon. Ihr wollt da immer wieder rein, weil es sich so gut anfühlt. Und das ist dann der Punkt, an dem ihr freiwillig in den Keller oder ins Fitnessstudio trainieren geht. Und der Punkt, an dem der Sport eine selbstverständliche Gewohnheit wird. Und dann habt ihr eine Lebensstiländerung erfolgreich vollbracht. Das Schöne ist jetzt, wenn ihr die bekannte Musik auflegt, dann kommt ihr irgendwann ganz von alleine in den Flow. Die Musik bahnt dann dieses Flow-Gefühl. Sie wird damit verknüpft. Und damit könnt ihr mit der Zeit eine gesunde Gewohnheit etablieren und kommt schneller in diesen angenehmen Zustand rein. Ganz besonders bei Sportarten, die eine hohe Intensität erfordern, wie Gewichtheben oder Sprints, hilft harte Musik dabei, das Gefühl von Anstrengung zu reduzieren. Durch die richtige Musik erreicht ihr eine Kombination aus Stresshormonausschüttung, Endorphin und psychischer Stimulation und dadurch einen Trainingsvorteil. Welche Musik treibt euch jetzt besonders an? Ich freue mich auf die Kommentare und auf Songbeispiele. Einige Grundlagen für ein effektives Krafttraining habe ich in diesem Video hier zusammengefasst. Bleibt gesund und voller Energie!